Tag und Willkommen zum dritten Teil meines Let's Plays von Kingdom 80s Summer of Greed, einem Story-basierten 2D-Strategiespiel von Fury Studios. Es ist die Fortsetzung der Kingdom-Reihe, in der es drei weitere Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei Peertube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche gute Unterhaltung. Da sind wir zurück und spielen weiter. Eine Runde Kingdom 80s, wo wir immer noch im ersten Level sind. Das könnte man ein bisschen deprimierend finden, wenn man nicht wüsste, dass wir auf schwer spielen. Dann hoffen wir doch, dass wir uns jetzt ein bisschen besser nach links ausbreiten können. Anders als in anderen Strategiespielen gibt es nur zwei Richtungen, in die das Ganze gehen kann, nämlich links oder rechts. Unser Ziel ist links. Definitiv und hinterfragt. Oh, hier ist ja nochmal. Also wenn wir jetzt hier noch die Bäume wegmetern. Genau, hier haben wir wieder ein Tor. Also hier müssten wir dann hin für den nächsten Angriff. Ich bin geneigt zu sagen, wir bauen hier unsere nächste Mauer erstmal auf. Also hier haben wir eine innere Mauer in ein König, wo wir auf es genommen haben, und dann ja trotzdem machen wir 15 Jahre minus 13s bis 30 mit ihm. Hier haben wir ein Problem auf die Mauer inchungsm Teleschnerstand und Dann müssen wir uns doch erstmal wieder ein paar Münzen besorgen, sonst wird das, glaube ich, schwierig. So, dann haben wir erstmal wieder Münzen getankt und das sollte uns doch jetzt die letzten Meter hier sind wir noch zwei, fünf, vier, fünf, vier, fünf, vier, vier, fünf, vier, alt, quals, oder? das war schon wieder eine relativ knappe kiste in meinem geschmack wieder ein Reh gekillt und dann die 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 es ist teilweise natürlich wirklich backtracking das spiel man muss immer wieder nochmal zurück um da die münzen und alles mögliche einzusammeln was da so zur verfügung ist wenn man längere zeit das nicht holt dann hat man natürlich einen sehr großen vorrat was gut sein kann aber nicht muss so 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 ich glaube jetzt ist es ein guter zeitpunkt wir holen uns wieder eine angriffskiste nein einen kurzen mülleimer und dann müssten wir dieses tor links dann auch stürmen können wir können allerdings auch noch mal ein bisschen was nachlegen was so ein hämmerchen und zwei bogen angeht 19 tage sind wir also jetzt schon aktiv es kommt eigentlich so lange vor muss ich sagen hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sollte doch klappen So, kommen wir es? Ziehen wir uns doch hierhin zurück Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da haben wir sie doch noch klein gekriegt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oder kommt noch an um? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Wollen wir es wagen, ist ja die Frage. Oh, da ist eine Geldruhe. Da ist ein weiteres Tor. Es wäre ja gedacht, wenn wir nicht auch dieses Tor jetzt erledigen könnten. Wir haben ja noch jetzt einige Übungen schon. Und wir sind relativ gut vorbereitet. Und da haben wir wieder einen. Wie auch bislang ziehen wir uns hinter die letzte freundliche Linie zurück. Okay. Das war's für heute. Hm. Ja. Es sollte jetzt ja so sein, dass die angreifenden Truppen immer weniger werden, weil wir ja einige der Tore beschlossen haben. Gut, das sieht erstmal noch nicht danach aus. Oh, pürzer! Oh, pürzer! Oh, pürzer! Ah, so ein Müllbehälter hält schon einiges an, das muss man sagen. Ah, so ein Müll. 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 Ja, es wird doch ein bisschen ein Grabenkampf, habe ich den Eindruck. Ah, so ein Müll. Ah, so ein Müll. Ah, wir haben hier noch ein zweites, oder nicht ein drittes, das ist ja schon ein Fahrrad, das wir nehmen können. Und hier ist schon die Höhle, die wir ja erobern müssen. Okay, also ist gar nicht mehr so weit der Weg, wir müssen eigentlich nur noch in diese Höhle und das Kanu holen. Und dann haben wir es. Und dann haben wir ja auch hier, die Höhle und die Höhle. Das war's für heute. Zitzen Jetzt müssen wir uns aber sowieso erstens ein bisschen mehr Geld wiederholen und zweitens ja noch mal so eine Barrikade bauen lassen. Es führt also nichts darum herum, dass wir uns noch mal zurück zum Anfang begeben. Nimm mich hier hin. Oha, da haben wir aber noch ein einiges an Strecke eingebüßt, habe ich den Eindruck. Auf dieser Seite, das ist ja nicht cool. Ja, und es liegt daran, dass wir auf der rechten Seite nicht sehr sorgfältig unsere Befestigung aktuell gehalten haben. Das muss man schon sagen, da haben wir selber Schuld. Da haben wir immer noch etwas hinzu. Das ist ja nicht so schön. Das ist ja nicht so schön. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Was sehen wir hier? Wir spielen das schöne Spiel Kingdom 80 Summer of Greed. Das ist eine neue Episode, würde ich mal sagen, von der Kingdom Raya. Da gibt es, glaube ich, drei verschiedene schon von. Die sind eigentlich immer so gebaut, dass man sein Königreich in so einer 2D-Karte verteidigen muss. Gegen Monster, die von links und rechts angreifen. Und zu dieser Reihe gibt es jetzt einen Titel, der das ganze Szenario quasi in die 80er Jahre zurück oder vorwärts versetzt, muss man ja sagen. Und wir sind jetzt hier Jugendliche, die ihre Stadt, in diesem Fall ist es hier eine Camping-Gegend, die wir verteidigen müssen, gegen die angreifenden Monster schützen müssen. Was nicht so einfach ist, vor allen Dingen, wenn man es auf schwer spielt. Und wir haben hier die Möglichkeit, Kinder zu rekrutieren, die für uns Bogenschützen sind oder Bau-Personen. Und ja, jetzt haben wir gerade einen Blutmond, das heißt, es gibt einen besonders schlimmen Angriff. Und wenn ich das so richtig sehe, haben wir im Zweifel hier auch nicht so viel zu entgegenzusetzen. Mindestens haben uns die Monster, während wir hier ganz entspannt auf der linken Seite versucht haben zu expandieren, auf der rechten Seite mächtig den Arsch versuchten, möchte ich mal sagen. Ja, finde ich auch. Also sind halt viele Zitate aus den 80er Jahre Filmen und Serien drin. Man kann sowas wie E.T. wiedererkennen oder Freitag der 13. und verschiedene Fahrzeuge, die wir später im Spiel noch sehen werden. Ich habe das auf normal schon mal gespielt. Das ging eigentlich relativ flott. Sind glaube ich fünf oder sechs Level, die man da schaffen muss. Aber wir sind jetzt seit, was haben wir? Halb zehn. Also wir sind seit ungefähr halb acht, glaube ich, jetzt dabei, diesen ersten Level nochmal zu spielen. Auf schwer. Und der ist wirklich schwerer, als ich erwartet hätte, sage ich mal. Und die Mechanik ist halt eine von dieser Sorte leicht zu lernen, schwer zu meistern, weil man eben im Grunde nichts viel machen muss. Man kann nach links und nach rechts radeln, man kann sich ein bisschen schneller fortbewegen, je nachdem, was man für ein Fahrzeug hat. Und man kann Münzen aufsammeln und abgeben. Und mit den Münzen, die man aufgesammelt hat, kann man dann hier die kleinen Kinder, Jugendlichen, wie auch immer, anwerben, dass sie für einen arbeiten. Und dann muss man denen eben Werkzeug kaufen oder was auch immer, damit die das auch machen. Und dafür braucht man im Grunde nur eine Taste. Das ist sehr simpel zu verstehen. Man muss halt dann trotzdem strategisch zur richtigen Zeit am richtigen Ort die Dinge auslösen, damit das irgendwie vorangeht. Und das eigentliche Ziel in diesem Level, ja ne, das ist ein schönes Parallax-Crawling auch, finde ich super. Das haben sich auch nochmal im Gegensatz zu den vorherigen Titeln ein bisschen verbessert. Also das Wasser sah immer schon schön aus, muss man sagen. Die anderen Teile, Kingdom Two Crowns und Kingdom New Lands, kann man sich da auch angucken. Die sind sehr hübsch geworden. Aber hier, glaube ich, ist nochmal mehr mit dem Hintergrund auch. Also der Berg ist ja der breiteste Hintergrund. Dann sieht man immer die Sonne und den Mond als Zeitanzeige, wo man sich gerade befindet. Nachts kommen die Angriffe, tagsüber kann man sich ein bisschen hier freier bewegen. Aber, also hier ist eben noch viel Wälder und so ein bisschen Landschaft im Hintergrund. Später kommt man noch in ein, ja wie soll man das nennen? Also man kommt noch in die Stadt, die man dann auch verteidigen muss und man kommt noch in ein Einkaufszentrum, ist es glaube ich. Und das ist auch sehr schön umgesetzt. In dem klassischen Kingdom, da hat man halt immer mehr oder weniger eine ähnliche Umgebung. Der Hintergrund scheidet sich auch immer erst frei, wenn man so ein bisschen mehr von der Karte freigespielt hat. Also wenn man hier die Bäume, wenn man die Bäume zerstört, beziehungsweise fällt und auch das Gelände mit solchen Barrieren erobert hat. Dann funktioniert das ganz gut. Und dann sieht das auch besonders schön aus, finde ich. Und auch die Musik sehr gelungen. Also es ist ja, es ist ein bisschen loser, glaube ich, an Stranger Things auch angelehnt. Mit dieser Bedrohung, die man da bekämpfen muss. Die ist aber hier tatsächlich in der Lore der eigenen Welt begründet. Also diese Monster, die sind genau die gleichen Monster, die man eigentlich in den anderen Kingdom-Spielen auch bekämpfen muss. Funktioniert aber hier sehr gut und ist auch so ein bisschen der Plot-Twist. Und es gibt überhaupt in diesem Teil auch eine Story. Das gibt es eigentlich in den anderen Spielen so nicht. Es gibt unterschiedliche Level und die Komplexität steigt an und so. Aber es gibt eigentlich nicht im engeren Sinne, würde ich sagen, eine Story. Und hier gibt es halt wirklich irgendwie Charaktere. Dieser Spielcharakter, den wir hier steuern, aber auch noch ein paar andere. Jetzt habe ich hier gerade noch ein paar Bogenschützen rekrutiert, in der Hoffnung. Oh, Geld. In der Hoffnung, dass uns das ein bisschen über die Verteidigungsproblematik hilft, die wir offensichtlich haben. Mein Ziel wäre eigentlich jetzt dann, wenn wir nach links nur noch die Höhle haben, die wir erobern müssen. Und ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir jetzt nach rechts das letzte verbliebene Monster noch platt machen. Nee, die Gegner bauen nicht selber Basen auf. Die haben quasi in der Welt schon so Tore platziert, die man nach und nach zerstören muss. Und wir sehen das vielleicht hier auch gleich nochmal. Und die haben auch meistens Eigen- und Ausgänge an den Enden der Welt. Also hier ist jetzt noch ein bisschen Landschaft, ein kleines, vielleicht bekanntes Raumschiff. Und dann kommt hier gleich das letzte Monster. Und dieses letzte Monster ist quasi auch ein Tor. Und das heißt, spätestens vom Ende des Levels kommen immer neue Gegner, wenn dann wieder angegriffen wird. Und wenn wir die aber jetzt alle zerstören würden, was so ein bisschen das Ziel dieser Übung ist. Naja, Prinzen. Wenn wir die jetzt alle zerstören, dann kommt da auch keiner mehr und dann bauen die auch nicht mehr selbst. Und anders als in den anderen Spielen haben wir eben noch diese beiden Unterstützer auf dem Fahrrad, die dann auch nochmal ein bisschen gegen die Gegner vorgehen. Ja, und was natürlich passieren kann, ist, dass die unsere Blockaden zerstören. Und dann uns einfach über den Haufen rennen. Und wenn wir quasi als Spielfigur unsere Krone verlieren, dann ist Spiel zu Ende. Man kann sich immer noch ein bisschen Zeit und auch Spielraum erkaufen, indem man zum Beispiel Münzen übergibt. Die kleinen Figuren rennen mit den Münzen einfach immer weg. Das kann man zum Schutz in Anschlag bringen. Und ansonsten sollten halt die eigenen Mauern und die eigenen Verteidigungen stärker sein als die anderen. Da die aber auch immer stärker werden, ist das tatsächlich ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit. Man muss also... Äh... Ja. Jetzt haben wir unsere Barriere eingebüßt. Und das ist ziemlich doof. Jetzt haben die auch unsere ganzen Bogenschützen plattgemacht. Also das war so nicht geplant. Die Idee war eigentlich, dass wir diesen letzten Turm noch zerstören. Das haben wir jetzt nicht erfolgreich gemacht. Folglich... Müssen wir jetzt wieder mit unserem Gold, das wir hier kontinuierlich neu generieren, indem wir bestimmte Anglerteich und Badeanstalt und sowas unterhalten. Dann müssen wir jetzt wieder ein paar neue Minions quasi engagieren. Und die schicken wir dann mit neuen Bögen. Und neuen Hämmern. Und neuen Hämmern. Und neuen Hämmern. Ja, schicken wir die dann da wieder hin. Ja, jetzt ist die Frage, ob das strategisch wirklich so schlau ist, einfach nach rechts nochmal zu Wort zu gehen und zu versuchen, diesen letzten Gegner da noch zu besiegen. Wir könnten auch versuchen, da noch näher dran zu gehen, also noch ein paar Barrieren auf dem Weg zu platzieren, bevor wir den angreifen. Da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen skeptisch. Beim normalen Modus war das nicht so anspruchsvoll. Deswegen ging das relativ einfach, hätte ich gesagt. Aber wenn das natürlich jetzt hier immer wieder dazu führt, dass wir... nur auf die Nuss kriegen, dann hätte ich ja nicht so Bock drauf. Wir können natürlich einfach versuchen, so viele Bogen schützen wie möglich, uns hier anzulachen. Aber irgendwo ist natürlich auch eine Grenze. Und dann ist die Frage, machen wir irgendwas anderes falsch? Denn dieser Angriff, den wir da jetzt gekriegt haben, der war natürlich schon massiv. Ich bin skeptisch, wir sind aber trotzdem jetzt nochmal. Herzlichen Dank, viel Freude noch und einen schönen Abend. Ja, es ist kritisch, es ist kritisch. Wir warten jetzt mal hier diese Welle ab. Man muss sagen, wir sind eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Hat man ja jetzt eigentlich auch gesehen, dass wir hier durchaus denen eine mitgeben können. Deswegen bin ich eigentlich überzeugt, dass wir da auch diesen Angriff hinkriegen müssten. Deswegen machen wir das jetzt auch einfach. Man muss sagen, der Angriff in der Höhle ist ja noch schwieriger dann. Da gibt es dann mehrere, ich glaube, so große Produktionseinheiten, wo auch immer wieder Monster rauskommen. Ah, guck an. Hammer's. Ah, jetzt haben wir einen kleineren Becher oder einen größeren Becher. Bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber gut, dann haben wir jetzt also zumindest von dieser Seite nichts mehr zu befürchten. Das hat ja was für sich. Das hat ja was für sich. Oh, scheint so zu sein, als wäre es eine größere. Also ein größeres Behältnis. Das heißt, wir können jetzt mehr Münzen sammeln. Das hat ja auch einen gewissen Charme. Danke. Das war's für heute. Wollen wir nur hoffen, dass die uns jetzt nicht auf der anderen Seite da komplett eingemügelt haben. Das wäre ungünstig. Ja, also wie gesagt, hier auf der Seite kann uns nichts mehr passieren. Von hier kann niemand mehr kommen. Oh, okay. Hat wohl jemand einen Schauspringer abgeworfen. Auch eine Möglichkeit? Oh, aber gut. Dann ist ja klar, wenn wir die rechte Seite abgefrühstückt haben, dann ist nur noch die linke Seite. Ich glaube, wir haben auch unseren Streaming, unser Streaming, nicht Streaming, unser Aufnahmefenster schon überschritten. Das heißt, an dieser Stelle würde ich einen kleinen Cut machen, um dann hinterher einen Cut zu machen für den Schnitt. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir dieses Level dann in der nächsten Folge abschließen. Jetzt sind es mittlerweile ja schon vier. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt es als Playlist auch auf YouTube oder auf YouTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Bis denn dann. Das ganze Let's Play gibt es unten in der Beschreibung.